Software-Entwicklung ist wirklich Handwerk. Es hat sich in den letzten Jahren so gezeigt, dass die Agilität, agile Vorgehensweisen haben sich so verbreitet. Man hat ja neue Werte, wie Kundenorientierung, iteratives Vorgehen, aber zum Beispiel im Scrum, es gibt eine ganz große Lücke im Scrum, das ist, wie setze ich es denn wirklich um? Das ist da in den ganzen agilen Methoden überhaupt nicht drin. Deswegen hat man beobachten können in den letzten Jahren, dass die Qualität sich durch das agile Vorgehen nicht unbedingt verbessert hat. Man merkt es einfach nur früher und schneller, dass die Qualität nicht ausreichend ist. Es macht nur leider, macht es nicht besser. Also wenn man am Ende jeden Sprint einfach etwas Schlechtes ausliefert, macht es es nicht besser, aber man sieht es wenigstens früher. Das heißt, um gute Software zu entwickeln, braucht es praktisch eine gewisse Professionalität. Was heißt das denn auf Softwareentwicklung? Für mich ist das, Professionalität hat etwas mit Ehre und Stolz zu tun. Auch wie wir vorher gehört haben von Wolfgang, der Werkstolz. Besser darf ich nur sagen, es hat auch etwas mit Verantwortung zu tun. Das ist für mich der ganz große Unterschied zwischen Amateur und Profi. Der Amateur macht jemand anderes verantwortlich und der Profi fühlt sich selbst verantwortlich. Er fühlt sich selbst in der Verantwortung, um etwas wirklich zu schaffen. Und da die wichtigste Regel, nicht nur in der Softwareentwicklung, aber für jedes Handwerk ist, richte keinen Schaden an. Das ist gut für den Mediziner, wo die erste Regel ist, bring deinen Patienten nicht um. Genauso für den Maurer, der schaut, dass das Haus, das er baut, nicht am Ende des Tages gleich wieder zusammenfällt. Das sollte in der Softwareentwicklung auch üblich werden. Da gibt es eben Techniken, wie man sowas machen kann. In der Medizin zum Beispiel ist ein bewährtes Vorgehen, dass man sich vor der OP die Hände wäscht. Ausführlich. Und ich denke nicht, dass ein Patient wirklich ernsthaft von einem Arzt verlangen wird, jetzt machen Sie mal zu, gehen Sie mal rein, operieren Sie mal, hören Sie mit dem Händewaschen auf, das ist pressiert. Und es würde ja kein Patient anmassen, das dem Mediziner vorzuschreiben. Ähnlich sollte es in der Softwareentwicklung auch laufen. Da ist es leider durchaus noch an der Tagesordnung, dass man da so seitwärts Vorschriften dieser Art gemacht kriegt. Deswegen richte keinen Schaden an. Da gibt es zwei Unterstufungen. Das erste ist an der Funktion. Also mache nichts kaputt, was schon mal funktioniert hat. Das erste. Das zweite ist, baue nichts neu ein, was kaputt ist. Da gibt es eine gute Technik, wie man sowas schafft. Das ist einfach, indem man Tests baut. Am besten automatisierte Tests, weil automatisiert heißt, ich kann sie sehr oft laufen lassen. Das dauert nicht lang und das kostet wenig. Also testen ist dann billig, wenn es automatisiert ist. Es ist teurer und dauert länger, wenn es manuell ist. Deswegen ist so bewährte Technik hier. Viele automatisierte Tests bauen. Idealerweise, wenn ich eine QA-Abteilung habe, also wirklich einen manuellen Tester, der ganz hinten im Prozess sitzt, dann darf der normalerweise nichts mehr finden. Also wenn Ihre QA-Abteilung einen Fehler findet, dann sollte sich der Handwerker, der es vorhin gebaut hat, wirklich in Grund und Boden schämen. Die QA darf nichts mehr finden. Deswegen, Regel für Softwareentwickler, liefere nur etwas aus, von dem du weißt, dass es funktioniert und dass es keinen Schaden anrichtet. Das ist auch vor dem Hintergrund, dass Software mittlerweile auch wirklich in Bereichen läuft, wo Menschenleben davon abhängen. Und gerade in diesen Bereichen sollte man ja noch sensibler sein. Dummerweise habe ich schon ein wenig Einblick in solche Bereiche bekommen und kann sagen, ich glaube nicht, dass die besser sind als der Durchschnitt. Aber sie ist leider so. Dann das Zweite ist, an der Struktur. Richte keinen Schaden an der Struktur der Software an. Von Software nimmt man ja immer an, dass sie leicht zu ändern ist und schnell zu ändern ist. Das ist so die implizite Annahme hinter jeder Softwareentwicklung, hinter jeder Fachabteilung, die Anforderungen stellt, ist ja die Annahme. Das ist ja leicht zu ändern, ist ja nur Software. Das Problem ist, das gilt nicht immer. Das gilt eigentlich nur für gut strukturierte Software. Deswegen, es gibt ein gewisses Handwerkskönnen, zum Beispiel Richtung Architektur, Softwarearchitektur, das man können soll, um gut strukturierte Software zu bauen, die sich auch über die Dauer, über den gesamten Einsatz, der mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte, ich habe schon Software gesehen, Jahrzehnte im Einsatz ist, sich dann immer noch von der Struktur her ändern und weiterentwickeln lässt, ohne dass der Aufwand zum Ende hin exponentiell mehr wird. Man muss sich wirklich bewusst machen, dass wenn man von dieser Regel abweicht, dass man dann für die gesamte weitere Laufzeit das in Kauf nimmt, dass Änderungen immer teurer und immer teurer werden. Also auch hier immer sauber arbeiten. Sehr schön ist da die Pfadfinderregel, die man hier übertragen kann. Verlasse den Code immer sauberer aus, zu ihm vorgefunden hast. Wenn man in seiner Tätigkeit als Entwickler was findet, was einem nicht gefällt, dann sollten wir es aufräumen und schöner machen. Genau, der Hintergrund ist einfach, schreibe perfekte Software. Unser Anspruch ist, perfekte Software zu schreiben und auszuliefern. Nichts anderes sollte der Anspruch sein. Und übernehmen vorher das Thema Verantwortung, das Craftsman, übernehmen für jede Abweichung von der Perfektion die volle Verantwortung. Da kommen wir wieder rein in das nächste große Thema. Arbeitsethik. Was bedeutet Arbeitsethik denn für einen Software-Craftsman? Das geht für mich schon mal los beim Planen der eigenen Karriere. Das Planen der eigenen Karriere ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Es ist eben nicht die Verantwortung der Firma, für die man arbeitet, oder des Kunden, der sein Auftraggeber ist. Man soll seine Karriere selbst planen und selbst sich Zeit von seiner Freizeit dafür opfern, sich weiterzubilden. Wenn die Firma das sponsert, wenn man das innerhalb der normalen Arbeitszeit machen kann, ist das toll. Man sollte solche Firmen fördern und öffentlich machen, dass man das mal kennt, welche Firmen das wirklich sind. Und ich möchte behaupten, bei Interface ist das auch so. Aber wenn es nicht so ist, kann man das von der Firma eigentlich nicht erwarten. Man soll sich freuen, wenn es so ist, aber man kann es nicht erwarten. Und ich habe mir so einen kleinen Richtwert, den so in der Community diskutiert wird. Man sollte ungefähr 20 Stunden pro Woche für seine Fortbildung aufwenden und fürs Weiterbilden und fürs Üben. Da würde ich aber, ich bin da großzügig, ich rechne da alles mit rein. Also wenn Sie Bücher lesen, Podcasts hören, irgendwas programmieren zu Hause, das würde ich in diese 20 Stunden alles großzügig mit aufnehmen, so wie es geht. Das ist eigentlich gar nicht so viel, dann, ja, vier Stunden pro Tag. Wenn Sie zwei Stunden pendeln, haben Sie da schon. Können Sie einen Podcast hören, haben Sie es schon. Genau. Läuft Nacht ein bisschen. Und dann natürlich, kenne dein Arbeitsumfeld, oder wie soll ich sagen, kenne dein Fach. Also man soll wirklich die Theorie, die hinter der Informatik oder hinter der Softwareentwicklung liegt, verstehen. So zum Beispiel, wenn sich jemand fragt, was ist ein Quick-Sort-Algorithmus, dann sollte man das dem erklären können. Oder was ist ein Nassi-Schneidermann-Diagramm. Wissen Sie das? Sowas sollte man wissen. Als Softwareentwickler sollte man sowas kennen. Man sollte nämlich seine 20 Stunden wirklich auch in diese Theorie stecken, dass man sowas ausbaut und vor allem nicht verliert. Ich habe sowas auch in der Uni alles gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch alles so detailliert weiß, wie ich es damals in der Uni gewusst habe. Also man soll auch hier investieren. Aber zumindest sollte man so Dinge können wie Softwareentwurfsprinzipien, Design-Patterns, Methoden wie Xp und Scrum, Extreme-Programming, Xp und Scrum und Kanban mittlerweile vielleicht auch. Auch im testgetriebenen Entwicklung und objektorientierten Design sollte man auf alle Fälle was können. Ich denke auch, dass es rentiert Peer-Programming oder Peer-Refuse, was wir später dann noch hören, vom Elmar Jürgens. Das ist auf alle Fälle eine ganz lohnenswerte Sache. Sowas sollte man als Entwickler gehört haben und wissen, was das ist. Oder Artefakte wie zum Beispiel UML, Datenflussdiagramme, Strukturdiagramme, Petri-Netze, Zustandsübergangsdiagramme oder Entscheidungstabellen. Sowas sollte eigentlich das Handwerkzeug jedes Entwickler sein und das sollte jeder können. Aber wenn sie es nicht können, dann sollten sie sich schämen und sofort üben. Es schadet auch nicht als Softwareentwickler, wenn man die Fachlichkeit kennt der Software, die man baut. Wenn sie ein Buchhaltungssystem bauen, dann ist es nicht toll, wenn sie keine Ahnung von Buchhaltung haben. Sie müssen kein Experte in Buchhaltung sein. Aber bitte, Grundwissen sich anzueignen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also jeder Craftsman, würde ich sagen, soll sich die Fachlichkeit, die er bedient, sich darin einarbeiten. Und halt dann zumindest rudimentär was über Buchhaltung dann lernen zum Beispiel. Dafür kann man ganz viele verschiedene Sachen machen. Das Einfachste ist natürlich Bücher lesen dazu, Interviews mit den Personen, die seine Auftraggeber sind, machen. Oder was auch ganz spannend ist, zum Beispiel sowas wie, ich nenne es Hospitationen. Also vielleicht einmal eine Woche mit dem Kunden mal mitgehen, in dessen Arbeit den einfach nur beobachten und ganz still in der Ecke sitzen und mal zuschauen, um vielleicht dessen Probleme wirklich mal zu verstehen. Um dann zum Beispiel zu erkennen, wenn der Kunde fachliche Fehler hat in den Anforderungen. Passiert aber nie. Fachliche Fehler in den Anforderungen gibt es eigentlich nicht. Also für mich ist als Software-Craftsman der Worst Case, was normal nicht passieren sollte, ist, dass man Anforderungen genau so umsetzt, wie sie auf dem Papier stehen, ohne nachzufragen. Aber Expertenwissen ist einfach nicht notwendig. Grundwissen reicht, aber das sollte man haben. Und wenn Sie ein neues Projekt gehen, ein neues Fachgebiet, dann sollen Sie sich in das neue Fachgebiet einfach auch einarbeiten. Für mich ist es auch wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Kunden wirklich identifizieren. Also nicht nur sich als Lohnsklaufe sehen, der irgendwie Anforderungen runtertippt, sondern sehen Sie sich als Partner in einem kreativen Prozess, der dem Kunden wirklich ein Problem löst. Identifizieren Sie sich mit dem Kunden und die Probleme Ihres Kunden oder Ihres Arbeitgebers sind ja irgendwie auch Ihre Probleme. Und diese Probleme gilt es zu lösen. Es gibt praktisch nur ein Miteinander, es gibt kein Ich gegen den Kunden oder Ich gegen meinen Arbeitgeber. Es sollte nur ein Miteinander geben. Trotzdem, auch wenn Sie es am Ende geschafft haben und sich für super und für toll halten, bleiben Sie bescheiden, also ein Craftsman bleibt immer bescheiden und legt Stolz in die geleistete Arbeit das Ja, aber Arroganz Nein. Wichtig ist für mich auch, dass man kalkulierte Risiken eingeht. Man kann kein hohes Ziel erreichen, ohne ein Risiko einzugehen. Aber ein unkalkuliertes Risiko einzugehen, finde ich nicht gut. Also da ist eben Ihr Handwerkszeug gefragt, dass Sie wissen, was ist ein kalkulierbares Risiko, was ist ein nicht kalkulierbares Risiko. Man sollte nur kalkulierte Risiken eingehen, nicht unkalkuliert. Und natürlich ist es, glaube ich, auch nicht angebracht, das ist ein Problem, das, glaube ich, auch in der IT, vor allem in der Softwareentwicklung oft ist, man ist zu schüchtern. Sei als Entwickler nicht schüchtern. Man darf durchaus auch kritisch nachfragen, kritisch hinterfragen und kritisch mitarbeiten. Man muss sich aber trotzdem, auch wenn man noch so gut ist und wenn man noch so Handwerkszeug beherrscht, einfach gewahr sein, dass jeder mal scheitern wird. Es gibt keinen Menschen, vielleicht gibt es den, aber ich habe auch selten nur jemanden getroffen, der immer in allem erfolgreich war. Also jeder, auch wenn er noch so gut ist, wird irgendwann mal scheitern. Da ist einfach, was ist denn das notwendige Handwerkszeug, das ich da brauche? Habe ich noch ein bisschen? Ein bisschen, wir brauchen immer noch. Das Wichtigste ist, als Craftsman, dass man auch mal Nein sagt. Sie müssen nicht zu allem Ja sagen. Auch kritisch hinterfragen ist erlaubt. Es gibt so einen weißen Mann, der hat mir gesagt, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Er war so klein und grün und irgendwie der Großmeister aller Jedi. Projekte sind gut, wenn es da auch gegensätzliche Rollen und Charaktere gibt. Die perfekte Harmonie ist nicht immer gut. Man sollte sich ein Team oder auch jemanden gegenüber suchen, mit dem man sich mal reiben kann. Das ist auf alle Fälle von Vorteil. Aber natürlich immer agieren auf Augenhöhe. Es gibt keinen, der eine ordnet sich unter den anderen. Man spielt natürlich da in der Softwareentwicklung immer mit hohen Einsätzen. So Softwareprojekte haben durchaus auch einen materiellen Wert, der recht hoch sein kann. Wenn man da mal dagegen argumentiert, kann es durchaus mal um hohe Werte gehen und man spielt da um hohe Einsätze. Aber wie gesagt, man soll da trotzdem kalkulierte Risiken eingehen. Nur nichts Unvernünftiges. Man soll auch als Software-Craftful nichts versprechen, wo einem im Moment des Versprechens schon klar ist, dass es unmöglich ist. Wenn ich Ihnen jetzt verspreche, die tolle Anwendung in drei Tagen hinzustellen, weiß ich das beim Versprechen schon, dass das nicht passieren wird. Und das sollte man auch nicht tun. Auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist und dann zu, keine Ahnung, welchen Eskalationsstufen führt, und trotzdem soll man es nicht tun, etwas Unmögliches zu versprechen. Aber man soll nicht immer nur Nein sagen. Man darf auch Ja sagen. Der peregrante Satz ist, sage es, meine es und tue es. Nicht, wir müssen schneller werden oder wir brauchen neue Hardware. Das sind so Allgemeinplätze. Sondern ich fühle mich verpflichtet, hier etwas zu ändern. Ich fühle mich verpflichtet, mich darum zu kümmern. Ich erledige das bis morgen. Also auch mal Ja sagen, die Verantwortung übernehmen, etwas wirklich zu tun. Auch wenn es klar ist, dass man nicht immer alles in der Hand hat. Es gibt natürlich Schnittstellen zu anderen Teilen der Organisation. Trotzdem hat man einen gewissen kleinen Teil immer unter Kontrolle. Und für den sollte man die Verantwortung übernehmen. Und bei dem Rest sollte man sich immerhin darum kümmern, so gut es irgendwie geht. Ich freue mich noch dazu.